hallo ja weiche und damit herzlich willkommen beim rosti kanal ja freunde nacht immer zeit für ein kleines wie löckchen und zwar heute mache ich mal den ersten part von eurem q&a wie log eure fragen meine antworten live und unzensiert ich stelle mich euren fragen und ich bin schon mal sehr gespannt und ich freue mich riesig drauf vielen dank an user online mazogs und all die anderen die mir fragen gestellt haben ich werde vielleicht wahrscheinlich zwei parts machen und dann mal gucken wie weit wir kommen immer mal gucken hier in die fragen reingucken so da sind wir hier mal zum beispiel user online hat erstmal vielen dank an user online der auch hier für unsere englischsprachigen freunde das hier übersetzt hat hier for all english people he will make secure name you can ask him every question vielen herzlichen dank user online genial so da wollen wir uns hier mal stellen ne ich muss auch sehen was ich mache hier ne hi rosti man mir sind noch ein paar fragen eingefallen hab die 30 voll ich fahr jetzt mal von unten an und arbeite mich nach oben durch was hältst du für am wichtigsten im leben oh das ist eine gute frage das ist eine gute frage leute was hältst du am wichtigsten ich glaube da bin ich da falsch um das zu beantworten dass man auf jeden fall gesund bleibt gesundheit das ist wichtigste im leben wenn man nicht gesund ist bringt einem alles andere auch nichts wisst ihr hast du viel geld bist todkrank bringt das nichts also das wichtigste im leben ist immer gesund zu bleiben auf seine gesundheit zu achten nicht so wie ich in jungen jahren seinen körper so schinden dass er im mittleren alter schon im arsch ist ne aber das halte ich für am wichtigsten und immer die richtigen entscheidungen zu treffen was meistens nie einfach ist wie warst du in der schule ich war das in der schule jeder sagt ich bin ich es ist nicht überheblich klingen oder sonst was jeder sagt zu mir ich bin ein genie ich sagt ja immer nein bin ich nicht nur ich bin rot zu faul das gebe ich offen und ehrlich zu ich habe nie gelernt ich hatte nie mehr was aufgeschrieben ein habe auf keine Arbeit gelernt und ich bin trotzdem, habe jeden Abschluss geschafft. Aber ich wollte nicht lernen, ich wollte einfach nur Schule rumbringen, arbeiten, Geld verdienen, fertig. Mehr wollte ich nicht. Ich wollte nichts Besonderes werden. Hätte ich mal gelernt und wäre auf ein Gymnasium oder so gegangen, wahrscheinlich wäre ich dann was anderes geworden. Ich weiß es nicht, wie ein Rentner. Ich habe wirklich auf keine Arbeit gelernt, aber ich habe alles bestanden. Wie kamst du zu YouTube? Ganz einfach, da ich ein rustiger Rentner bin, nur daheim rumliege, habe ich mir gedacht, ich springe auch mal auf den Zug auf. Lief ja auch ganz gut, bis YouTube dann umgestellt hat. Er braucht, um ein bisschen Geld zu verdienen, 10.000 Abonnenten oder so und so und so viele Views, ne 1000 Abonnenten und so und so viele Views, damit man seine Videos monetisieren kann und dann war ja für mich das Thema gegessen, weil ich habe das jetzt nicht. Ich habe gedacht, ich kann mir vielleicht ein paar Groschen dazu verdienen, weil von Rente allein ist schwierig zu überleben, vor allem wenn man nur 25 Jahre gearbeitet hat, wie ich. Aber naja, das hat sich, aber so bin ich zu YouTube gekommen. Ich wollte halt auch mal was machen. Ich bin ja jemand, der eigentlich alles ausprobiert im Leben oder alles ausprobiert hat. Es gibt nichts, was ich nicht machen würde. Jo, so bin ich zu YouTube gekommen. Habe halt nur einen Laptop, einen alten. Dann noch eine Frage vom User Online. Was ist dein Lieblingslied? Oh, oh, Lieblingslied ist schwierig. Es gibt viele Lieder, die ich mag. Ein Lied für mich muss sein, es muss mich ansprechen, es muss mich berühren, es muss mich hin- und wegreißen. Es ist jetzt nicht auf eine bestimmte Musikrichtung bezogen, sondern es muss mich, es muss bei mir, wow, es muss mich in die Band ziehen. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt so vieles. Ich höre zum Beispiel von der klassischsten Industrial Music bis zu klassischer Musik. Zum Beispiel von Schubert zu der Toten, das Mädchen. Wow, haut mich immer wieder von den Socken. Mussarski zum Beispiel, aber genauso Krach, absolute Musik, wo keiner mag, Punk, Rock, Heavy, Trash. Es gibt nichts, was ich nicht höre. Aber es muss mich auf jeden Fall berühren. Es muss mich, muss ich sagen, wow, wow, geil sieht. Wisst ihr, was ich meine? Jo, ich hoffe doch. Aber meine absolute Lieblingsband ist auf jeden Fall Portis Head. Weil die Best Givens, die, die, der ihre Stimme, die, die, die flasht einen weg. Ähm, na, ist, ist eine Erinnerung an meine jüngeren Jahre, wo wir viel Blödsinn gemacht haben und dann Portis Head, das kam so fett, Leute. Wer's nicht kennt, Portis Head, wie man spricht. Portis und Head. Best Givens, die, die, die Frau flasht einen weg. Es ist die genialste Musik, die es gibt. So. Aber bestimmtes Lieblingssitz habe ich nicht. Guckst du Anime-Filme oder Serien? Nein! Definitiv nein. Mag ich absolut nicht. Dieses japanische Anime mag ich absolut nicht. No, 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 no. Hast du ein Hobby neben YouTube? Ja. Essen und Fernsehen schauen. Das ist mein Hobby. Essen. Das mache ich am liebsten. Das ist meine Passion, meine Obsession. Und Fernsehschauen. Das ohne Fernsehen und Essen geht absolut nicht. Sonst habe ich keinerlei Hobbys. Nein. Bin ich viel zu faul dafür. Ich war früher, ich habe früher Sport gemacht und so. War sogar mal Deutscher Meister. Aber, naja. Eigelob stinkt. Ne, wollte ich nur bei der Akku eine. Aber sonst nein. Habe ich alles abgelegt. Ich habe zu allem kein Interesse mehr. Kein Bock mehr. Bin zu faul. Bin eine faule Sau. Yo. Und noch eine kleine Funfrage vom User Online. Spielst du auch mal auf dem Spielplatz, den man aus deinem Fenster sieht? Nein. Ich gehe nicht raus. Ich gehe morgens, verlasse ich die Wohnung, gehe zu meiner Mutter, mache Kaffee, mache erst Frühstück, trinke meinen Kaffee, gehe direkt ins Internet, lad hoch, weil ich es bei mir so schlecht kann. Und dann gehe ich wieder heim, schließe die Tür ab, fertig, das war's. Ich gehe nicht raus. Höchstlich muss einkaufen. Ich meide jeden Kontakt zu meiner Außenwelt. Ich schließe mich in meiner Wohnung ein und da bleibe ich dann. Ich gehe morgens aus dem Haus, mache den Fernseher ab, komme von meiner Mutter eine Stunde oder anderthalb Stunden später wieder zurück, zu Fuß. Das ist nur 10 Minuten von hier zum Laufen. Dann mache ich den Fernseher an und dann läuft er. Bis morgens, bis ich wieder zu meiner Mutter gehe zum Kaffee trinken. Dann mache ich ihn wieder ab. Eineinhalb Stunden später mache ich ihn wieder an. So. Und zwischendurch essen. Mampfen. Fressen. Gut, das wären alle Fragen. Hoffentlich hast du nicht zu viel. Im Fall, du weißt nicht, dass du dich nicht wunderst. Ich werde, sobald ich Zeit habe, die zwei Spiele... Ah ja. Okay. Das war schonmal was vom User Online. Jetzt muss ich mal kurz hier wieder klicken, dann geht mein OBS wieder weg. Dann hat er hier noch... Oh, noch mehr... Oh, jo, 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 jo. Fragen über Fragen, dann muss ich erst mal einen Schluck trinken. Ne, sag ich aber, da warst du ja ganz hirschig. Wow, nice. Ich möchte ja immer... Part, so maximal 15 Minuten machen. Jetzt beantworte ich schon fast 10 Minuten die Fragen. Vom User Online. Noch, noch mehr Fragen vom User Online. Äh, 20 bis 30 Fragen, mindestens, die bekomme ich ja fast... Äh, schon fast. Die bekomme ja schon fast ich zusammen. Hohoho. Ja, wir fangen ganz harmlos an. Bist du ursprünglich deutsch oder hast du nicht deutsche Familie? Ich bin Deutsch. Spreche Deutsch, geboren in Deutschland. Mama Deutsch, Papa Deutsch. Oma und Opa Deutsch. Aber ich habe, glaube ich, ganz, ganz weite Vorvorfahren, väterlicherseits, die kam mein Opa, väterlicherseits, kam, glaube ich, aus polnischer Besatzung oder so, was alles deutsch ist oder so. Aber ich bin deutsch, deutsch, spreche deutsch, nicht deutsch. Kommst du aus Ost- oder Westdeutschland? Ich komme aus Westdeutschland! Mann! Ich bin Badner mit Stolz, badischer Bub! Also, das Bundesland heißt Baden-Württemberg, aber die Württemberger, die lassen wir mal auf der Seite, die zählen wir nicht dazu. Wir sind Badner. Wir sind das Badische, wir sind das Gute. Die Württemberger, das sind die Großkopferten mit ihren Maultaschen und ihren Spätzle. Und wir sind die Badner, wir haben die Kartoffeln. Die Krummbeere, ne? Kartoffeln. Ich wohne 20 Kilometer von Straßburg. Sagt jemand was? Straßburg. Französische Grenze, Europaparlament. Da wollte ich entfernen. Also, wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich. Straßburg. Oh, wie viel der Fronze. Okay. Welchen Beruf hattest du? Oh! So viele, viele, viele Berufe. Ich habe zuerst gelernt Bäcker. Ich habe Bäcker gelernt, bin Bäckergeselle. Danach habe ich, also ich habe drei Jahre Bäcker gelernt. Danach habe ich drei Jahre Maler gelernt. Danach, während meiner Malerlehre, habe ich mich noch selbstständig gemacht, habe eine Kneipe aufgemacht. Während meiner Malerlehre, in der Lehre. Dann habe ich alles wieder mit der Kneipe gelassen. Malerlehre fertig. Und dann habe ich was Neues gemacht. Und zwar bin ich dann... Was habe ich dann gemacht? Dann habe ich als... Ich habe als Automatenaufsteller gearbeitet. War... Habe Detektiv gemacht. In Kaufhäusern. Habe Ladendiebe gefangen. Hatte zwischendurch eine Band. Und zwar die abschlaffenden Schwellkörper. Wir waren so eine Punk-Band. Haben Deutsch-Punk gemacht. Da hatte ich noch sehr, sehr lange Haare. Dann habe ich mal ein halbes Jahr gar nichts gemacht. Nur mich vergnügt. Zwischendurch mal. Nur einfach... Ich habe da dann noch zu Hause gewohnt. Und da war ich auf einmal mal ein halbes Jahr verschwunden. Keiner hat gewusst, wo ich bin. Was ich tue. Weil ich habe einfach... Bin einfach nur mit meinen Kollegen abgehangen. Habe beim Kollegen... Der hatte auch eine Kneipe gehabt. Habe dort gepennt immer. Habe einfach nur mein Leben genossen. Dann habe ich eine Firma für Veranstaltungstechnik gegründet. Habe Konzerne... Habe alles von unserer Stadt, wo ich lebe. Alles übernommen. Habe Konzerne gemacht. Habe Security gemacht. Zum Beispiel bei Fettes Brot oder so. Ja, und... Alles Mögliche. Dann habe ich... Was habe ich noch alles gemacht? Oh je, ich vergiss mit Sicherheit die Hälfte. So viel habe ich gemacht in meinem Leben. Dann habe ich... Also als letztes habe ich in der Eisengießerei gearbeitet. Da habe ich mal locht, mal locht, mal locht. Sechs Tage die Woche. 14, 15, 16 Stunden am Tag. Bis mein Körper gesagt hat, so jetzt Ende Gelände. Das war das Letzte. Was habe ich noch alles gemacht? Es war noch so viel mehr. Aber ich kann mich an... Mein Hirn arbeitet nicht mehr so gut. Auf jeden Fall habe ich viel gemacht. Jo, das war mal das. Warst du mal in der Armee? Wenn ja, was hast du gemacht? Ich habe, ungelogen, nach meiner Bäckerlehre meine Einberufung bekommen. Zur Musterung. Ne, ich habe... Ja, ich bin gemustert worden. Habe meine Einberufung bekommen. Und ich wollte absolut nicht zur Bundeswehr. Weil ich wollte ja Geld verdienen. Was will ich bei dem? Und verdienen wieder kein Geld. Machst du drei Jahre Lehrer. Freust dich Geld zu verdienen. Dann musst du im Bund verdienen. Später nichts. Da habe ich mir gedacht, jo. Dann gehst du mal hin und sagst, ich bin untauglich. Ich bin ein Krüppel. Dann haben sie mich nachgemustert. Gemustert. Gemustert. Dann habe ich ein Schreiben bekommen. Ich bin untauglich. Ich bin ein Krüppel. Weil meine Wirbelsäule ist am Arsch. Da musste ich nicht zum Bund. Also nein, ich war nicht bei der Bundeswehr. Ich war bei der Heimatfront. Schürzenjäger. Spessle. Nein, ich war nicht bei der Bundeswehr. Ich bin untauglich. Ich bin ein Krüppel. Geistig, seelisch, körperlich. Welche Länder hast du schon besucht? Ich war, da war ich noch keine zehn, ich war sieben, acht oder so, war ich im Fußballverein, habe in der E-Jugend gespielt und da hatten wir mal ein Turnier in Frankreich. Das ist das einzige Land, das ich je besucht habe. Welche Länder würdest du gerne besuchen? Japan. Japan und Amerika. Die zwei Länder. Weil ich liebe Sushi, ich möchte gerne mal original Sushi essen und ich finde dieses Japan einfach wow. Aber mit dem ganzen Unwetter und mit Taifune und Erdbeben und so und so lange fliegen ohne rauchen, da werde ich ja verrückt. Und Amerika halt, weil ich möchte gerne mal ein Footballspiel sehen, live und Nesca anschauen, ein Live-Rennen. Aber das kann ich mir alles nicht leisten, aber das kann ich mir alles nicht leisten, im nächsten Leben vielleicht, aber es gibt kein nächstes Leben. So, was habe ich gerne besuchen? Sprichst du noch andere Sprachen außer Deutsch und Englisch? Nein! Ich spreche nicht einmal recht Deutsch. Nein. Ich könnte, wenn ich wollte vielleicht, aber ich bin viel zu faul, um eine Sprache zu lernen und zu dumm und zu alt. Nö. Lieblingsfarbe habe ich keine. Lieblingsfilm. Oho! Das ist genauso wie ein Lieblingslied. Da gibt es so viele. Ich könnte euch mal was zeigen. Also, einer meiner Lieblingsfilme ist zum Beispiel dieser hier. Seht ihr? Adam Chaplin. Ich liebe ja alles, was krass ist. Krasse Horror. Ich bin Horror-Fanatiker. Horror. Splatter, Zombie, Slasher, Gemetzel, Blut und halt auch Horror-Komöden und anspruchsvolle Filme. Wo man so richtig, was andere für doof empfinden, finde ich genial. Zum Beispiel, also Adam Champlin, Champlin zum Beispiel. Oder, ihr seht es vielleicht nicht, es leuchtet. Die 120 Tage von Sodom. Voll der krasse Film. Oder, ist alles nach eurem Nachfragen. Täter City. Genial. Also, wirklich krasse Filme. Oder, Zombie. In der Gewalt der Zombies. Also, alles so Inbred. Genialer Film. Also, ich liebe alles an Gemetzel. Es muss richtig krass sein. Ich bin krass, bin wir. Und seit ich zu Hause bin, bin ich so ein Serien-Junkie geworden. Ich schaue jeden Tag Serien. Ich habe ja alles. Ich habe Maxim, ich habe Amazon Prime, ich habe Netflix, ich schaue auf YouTube an. Ich habe Sky, ich habe, es gibt nichts, was ich nicht habe. Und absolut nur Serien. Meine Lieblingsserien sind zum Beispiel Preacher, Into the Badlands, Ash vs. Evil Dead. Absolut genial. Ah, ich könnte zu viel aufzählen. Happy by Netflix. Müsst ihr euch anschauen. Happy. Schaut euch die Serie Happy by Netflix an. So was, so was, so was liebe ich. Nur, nur als kleine Info. Aber das ist nur meine. Ich kriege kein Geld von diesen Anbietern. Das ist einfach nur, was ich gerne schaue. So. Lieblingsmusikerband, Lieblingsgenre. Habe ich schon erwähnt. Portiset. Absolut genial. Lieblingsmusikerband. Noise. Industrial. Klassik. Deutsche Musik. Ich liebe zum Beispiel auch die 80er. Ich liebe zum Beispiel diese 80er Musik. Neue deutsche Welle. Das ist so genial. Es kommt immer drauf an. Oder Georg Danza hat super Lieder. Oder. Ich weiß nicht. Ich werde mit Sicherheit zensiert. Höre ich so krasse Musik, wo keiner hört. AOK. Meine erste Schallplatte war von AOK. Die arschgefickten Gummizofen. Ist eine Band. Oder. Ich weiß es nicht. Es gibt so viel. Wir verleihen es nicht ein. Ach man. Ach. Rasthof Dachau. Neues absoluter genialer Krach. Boah. Es. Es gibt tausende, wo ich aufzählen könnte. Aber das wird den Rahmen sprengen. Gehst du mal auf größere öffentliche Veranstaltungen oder zu Einrichtung. Zum Beispiel Theater. Nein. Nicht mehr. Ich meine ja alles. Bist du eher eine passive oder aktive Person. Passiv und aktiv. Aufverhalten, weil ich zum Beispiel zurückhaltend gemeint. Passiv. Was hältst du von der neuen Generation und wie denkst du, werden die sich zu ändern oder verhalten? Unsere Generation, die wo heute rumlauft draußen, das sind für mich alle Hongs. Die haben nichts in der Birne. Und ich bin froh, dass ich den Großteil an meinem Leben schon rumhabe. Die Welt geht zu Ende. Und das, was heran... Ich sage immer zu meiner Mutter, mach die Tür auf und jeder, dem du begegnest, könnt du auf die Fresse schlagen. Weil das sind alles so Nullinger, so Nullchecker. Weil ich so... Ich bin der Beste. Nein. Bei dem Thema kriege ich so einen dicken Hals. Vermisst du die DDR? Ich war zwar oft in der DDR, weil ich hatte viele Chickas aus der DDR mal. Aber nee, ich vermisse sie nicht. Es gibt nur einen Menschen, den ich vermisse aus der DDR. Ja, das ist ne... Nein. So ein Twister ist sentimental. Jetzt kriege ich schon Pipi in die Augen. Nein, wenn ich nur an sie denke, es ist eine Frau oder Mädchen. Und die fehlt mir schon. Aber das ist ein anderes Thema. Weil es ist ja echt ein super Typ. Das kriege ich Pipi in die Augen. Na, jetzt werde ich sentimental. Jetzt, Roshi. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Jo. Wie stehst du zu dem Thema Human Enchancement? Herr User Online, du weißt doch, dass ich Englisch nicht kann. Human heißt menschlich. Enchancement. Kann ich dir leider nicht beantworten. Wünsche dir eher... Argumentierung, technische Glieder und Organe oder Androiden? Wenn ich ehrlich bin. Nichts von beidem. Ich brauch's nicht. Würde ich mir auch gar nicht machen, weil ich geh nicht zum Arzt. Ich sag, wenn ich verletzt bin oder mir einen Finger schneide oder krank bin, ich werd eigentlich nie krank. Ich lüge euch nicht an, ich war schon die letzten 20 Jahre nicht mehr krank. Keine Krippe oder sonst was. Was weiß ich nicht warum. Weil, das ist für mich eher als ne Kurpuscher. Nö. Entweder das heilt oder das heilt nicht. Es geht oder es geht nicht. Wird besser oder wird nicht besser. Pech gehabt. Kurz husten. Würdest du für immer leben wollen? Ich bin der Highlander. Ich lebe eh ewig. Meine Strafe ist, für das alles, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben, für den ganzen Mist, wo ich gemacht habe in meinem Leben, muss ich ewig leben. Das ist wirklich, an das glaube ich. Ich lebe ewig. Ich überlebe alles. Ich muss leiden dafür, für das, was ich alles getan habe. Das ist jetzt kein Witz. An das glaube ich wirklich. Alle anderen geben den Löffel ab, nur ich muss das Leid der Welt ertragen. Wenn ich mich umbringen wollte, würde ich mir das Leben dabei retten. Versteht ihr, was ich meine? So doof bin ich. Was würdest du jetzt noch gerne im Leben machen? Vieles anders. Nochmal jung sein? Jetzt nochmal 20 sein? Aber sonst würde ich in meinem Leben jetzt nichts mehr machen. Was soll ich machen? Ich habe keine Möglichkeiten. Klar, ich würde gerne eben die zwei Länder bereisen. Das würde ich gerne machen. Und vielleicht ich weiß nicht. Einfach alles besser machen, aber da fehlen mir halt die Mittel nicht dazu. Es gibt so viele, was ich gerne machen würde. Einfach unbesorgt leben. Das Leben genießen, aber das kann ich ihnen halt nicht. Hat dich irgendwer, zum Beispiel ein Filmcharakter oder ein Autor im Leben, so ein bisschen inspiriert und geleitet, sage ich mal? Ein Filmcharakter. Ein Filmcharakter. Nee, ich lasse mich eigentlich von keinem beeinflussen. Und lesen. Gelesen habe ich in meinem Leben nicht viel. Nur Nietzsche habe ich mal, lese ich gern. Oder habe ich früher gelesen. Nietzsche. Und natürlich Henry Miller. Wer kennt es nicht? Opus Pistorum. Im Wendekreis des Steinbocks. Im Wendekreis des Krebses. Und Filmcharakter. Doch, wo ich klein war, wollte ich immer so sein wie Bruce Lee. Wollte immer Karate. Wollte immer das können, was Bruce Lee kann. Das war mein absolutes Idol, Bruce Lee. Aber da war man klein. Da war mein Kind, war ich ein kleines Kind. Obwohl ich immer noch von Bruce Lee. Finde ich, war ein toller Mensch. Aber das war früher. Aber beeinflussen lässt mich von keinem. Äh, was war das jetzt? Hattest du ein Idol? Ah, hattest du ein Idol? Ja, wie gesagt, als kleines Kind. Bruce Lee. Was hat er denn noch? Kennst du irgendeine lustige wahre Geschichte aus deinem Leben? Kannst du irgendeine lustige wahre Geschichte? Aus deinem Leben erzählen? In meinem Leben? Lustig. Definiere lustig. Ich hatte viele schöne Momente in meinem Leben. Ich hatte früher auch wirklich, oder hab's eigentlich immer noch bloß, ich hab keinen Kontakt mehr zu ihnen. Weil ich hab alles abgebrochen. Hab noch Freunde oder... Aber ich bin zu faul, um irgendwie was zu machen. Eben auch mit der Madame aus dem Oster. Wir waren so ein eingeschworener Haufen. Eben vom Sport auch. Und wir haben viel Blödsinn nach dem Sport gemacht. Oder was heißt Blödsinn? Wir haben... Es war... Es war... Es war eine schöne Zeit damals. Aber lustiges. Äh... So richtig... Da müsste ich... Da müsste ich lange überlegen. Weil ich... Jeder definiert lustig anders. Wisst du? Weißer, 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 weißer. Hast du irgendeinen Tipp für die, die jetzt langsam erwachsen werden? Passt auf, was er in eurem Leben macht. Das Leben kann man so schnell wegwerfen. Und merkt es aber erst später. So wie ich. Es ist einem in jungen Jahren gar nicht bewusst, was man falsch machen kann. Weil man es gar nicht sieht. Man sollte auf jeden Fall auffassen, mit wem man sich abgibt. Was man tut. Vor allem eine sichere Ausbildung haben. Einen sicheren Job haben. Obwohl, heutzutage ist gar nichts mehr sicher. Obwohl, das gar nicht mein Spruch ist. Ich habe bei allem der Meinung, genieße dein Leben. Und ich weiß was drauf, was später ist. Ich genieße jetzt mein Leben. Das hier und heute. Und das ist aus mir geworden. Ich möchte nichts missen, was ich früher gemacht habe. Nur. Habe ich jetzt halt jetzt nicht mehr so viele Möglichkeiten. Aber ich habe mein, ich kann nicht sagen, ich habe, ich würde es vermissen. Weil ich habe wirklich alles ausprobiert. Und ich lüge euch nicht an. Ich habe alles gemacht. Egal was. Nur zu viel zu dem Thema. Aber ich möchte jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das fragt ja keiner. Spezifisch danach. Auf jeden Fall immer schauen. Erst denken, dann handeln. Das würde ich den Leuten empfehlen. Und mal an später denken. Hat es irgendwelche, könnte es irgendwelche Konsequenzen haben. Hast du ein Lebensfazit oder ein Fazit, was du für weise hältst? Das Zitat kannst du auch aus deinen Erlebnissen ziehen. Ja, ich habe ein, eine Weisheit, die für mich immer zählt. Und es ist die, man wird geboren, um zu sterben. Und der Sinn des Lebens ist, es gibt keinen Sinn. Das ist meine Weisheit. Mein Lebensmotto. Das war's. Das wär's, was mir spontan einfällt. Im Laufe der Woche bekommst du ja bestimmt noch mehr Fragen zusammen. Jo, jetzt nehme ich schon 29 Minuten auf und habe erst die Fragen vom User Online beantwortet. Aber da haben wir ja noch den Masox. Den werde ich dann beim nächsten Mal beantworten. Und wenn noch hier ein paar andere dabei sind. Es tut mir leid, dass ich jetzt nur Fragen vom User Online beantwortet habe. Aber ich nehme mir schon jetzt 30 Minuten auf. Er hat aber so viele Fragen gestellt, für die ich mich recht herzlich bedanke. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck in mein Leben verschaffen. Aber was ich auch sagen wollte. Quar. Kennt ihr Quar? Die Musikrichtung, äh, die Band Quar. Das ist absolut genial. Die frühen Sachen, man. Ororos, Orangos. Der Liedsänger. Scumdogs of the Universe. Maggot. Maggot. Nur zum... Ich fand es gerade so eingefallen. Aber mein absolut Lieblingsmann des Partys hat. Punkt. Und alles, was krass ist. Was keiner hört, höre ich. Hi. Überall, ich sammle... Ich habe ja auch früher eine Sammelleidenschaft gehabt. Jetzt, jetzt hören wir mal auf. Nein, ich muss jetzt zum Ende kommen. Sonst dauere ich immer Tage, bis ich es hochgeladen habe. Auf jeden Fall, das war der erste Part. Die restlichen Fragen beantworte ich dann im zweiten Part. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte ein paar Eindrücke von meinem Leben euch darbringen. Vielleicht stellt ihr noch der ein oder andere eine weitere Frage. Ja. Ansonsten... Auf meinem Kanal gibt es eine Unterrubrik, die heißt Brainless Odie. Die Musik, das bin ich, das habe ich früher auch noch gemacht, so nebenher. Weil es mal langweilig war. Also die Musik unter Brainless Odie, so habe ich mich früher genannt. Nur Schwachsinn gemacht. Ich habe halt alles gemacht. Ja. Soviel zu dem. Jetzt komme ich aber zum Ende. Punkt. Ende. Gelände. Aus die Maus. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei meinen Antworten. Ich habe euch ja ein bisschen aus meinem Leben geplaudert. Ihr dürft mir gerne ein Like da lassen dafür. Würde mich freuen, wenn ihr was dazu schreibt. Ein paar Kommentare da lasst, wie es euch gefallen hat. Würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall wieder einschalten würdet auf meinem Rosti-Kanal. Und es gibt auf jeden Fall noch einen zweiten Part. Versprochen, aber das könnte ja noch ein paar Tage dauern dann. Und ja, wie gesagt, in diesem Sinne, komme ich jetzt mal zum Ende. Genießt ihr das Leben. Enjoy your life. Habt Spaß miteinander. Und ich freue mich schon. Vielleicht kommen mir noch die einen oder ein paar anderen Fragen. Ich sage, ganz gemütlich, ich habe es so einen trockenen Mund jetzt. Tschö, mit Ölfingerliger Rots. Euer Rostiger Netto. Thank you and goodbye. Enjoy your life. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschaui. Mit euren Fragen, hoffe ich doch. Und bei allem anderen. Tschüssi, küssi, bye bye. Goodbye. Bye.